So, die letzte Folge of Life fürs Jahr. Für das Jahr 2018, muss man sagen. Und zwar ist es heute auf Entropia-Flife. Ich wollte am Anfang auf dem Off-Jahr aufnehmen und dachte mir dann so, beziehungsweise ich dachte es mir nicht so, sondern ich wollte aufnehmen, keine Party da. Okay, gut, Entropia. Ja, 2018 ging super schnell vorbei. 5% Attack-Medizin, das brauchen wir vielleicht. Es war super viel los, es war ein bisschen chaotisch, das muss ich nicht sagen. Es war anders als ich mir gedacht habe. Ich hatte eine komplett andere Vision von 2018 oder für 2018, sagen wir so. Allerdings, es kam anders, es kam irgendwie einfach anders. Nicht in einer unbedingt, nicht negativ, nicht unbedingt negativ, sagen wir mal so. Aber es kam schon ein gutes Stück anders. Haben wir jetzt nicht irgendwie noch ein Stuff bekommen oder so? Naja. Es kam definitiv anders. Ähm. Ja. In verschiedenen, ähm. In verschiedenen, ähm. In verschiedenen, ähm. Sagen wir mal so. Es gab sehr, sehr viele Dinge, die 2018 anders liefen als ich mir vorgestellt habe. Wenn ich meinen Ringmaster gerade nicht schwer crashen würde, dann würde ich jetzt ganz gerne einen Ringmaster leveln. Aber er crasht lieber. Tja. Okay. Nice. Auf alle Fälle müssen wir das Ringmaster erst ein bisschen hochleveln, damit er halt eben das Level erreicht hat, um ihn zu leveln und so weiter. Ist ja ganz normal. Ja. Also was habe ich mir jetzt wirklich vorgestellt von 2018? Ähm. Ich muss sagen, es kam zum einen positiv. Positiver als ich mir dachte. Und zum Teil auch negativer. Ähm. Das Ganze war sehr, 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 ein großes Hin und Her. Irgendwie zwischen cool, nicht so cool. Und. Ähm. Lief gut. Lief nicht so gut. Es war einfach ein großes Hin und Her. Sagen wir einfach mal so. Und. Ich meine. Klar. Es läuft. Es kommt nie so, wie man es sich wirklich vorstellt. Ich denke mal, das ist relativ normal. Ähm. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Also. Ähm. Ich meine. Gewissermaßen. Man kann es nie planen. Das ist. Es ist immer. Es kommt immer anders. Und. In der Regel ist es eigentlich immer ganz praktisch. Wenn man sich eben darauf einstellt. Und. Ähm. Ja. Der Rest ist im Prinzip. Meiner Meinung nach erstmal zweitrangig. Also. Ähm. Sagen wir. Sagen wir damit leben kann. Dass eben alles. Ein bisschen anders kommt und so. Ist eigentlich alles cool. Und deswegen. Ja. So. Jetzt brauchen wir noch ganz kurz. Ne. Wir brauchen eigentlich gar nichts mehr. Oder. 9,2 K.A.P. Ich würde sagen. Vielleicht mal ein Restat rein. Und dann. Könnte man eigentlich auch schon. Loslegen. Restat. Ähm. In. Tauben vielleicht mal rein. Achso. Wir können gar nichts Restat. Wenn wir nichts gestattet haben. Yay. Nice. Okay. 32 K.A.P. Ich denke wir damit zweitmal. Einigermaßen gut leveln können. Mh. Na. Kotten. Kauft man uns auch noch ein paar. Ähm. Mh. Immerhi Powerups hier noch mal. Whoseaben wir wirklich brauchen. Aber wir werden es rausfinden. Und da würde ich mal sagen könnte man eigentlich loslegen oder? So. Wie genau waren das Ganze. Hier müssen wir glaube ich bestimmt das Ding suchen oder? Das Levelgebiet da. Ach Gott ey wo war das hier? Ähm.. 140. Bridgestatt runter. Ähm. Naja. Ich werde es nicht SO deep rein gehen. deswegen wir gehen jetzt ein bisschen langsam an, sagen wir so. Wir haben einen Pad, wir haben einen Pad, ok, perfekt. Zwei Slots, wir haben auch Flügel zum Fliegen, das ist schon mal auch super. Und ich brauche noch schnell die Amplis, die ich auf einem anderen Charakter haben sollte bzw. noch nicht ganz habe. So, eine Sekunde. Einmal hier hin, einmal schnell Send Morning. Ok, genau, die fünf Amplis kosten 2500 Coins von diesen Red Chip Coins da. Red Chip Coins, Red Chips oder Empropia Chips, das so glaube ich heißen, die bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, sind ganz nützlich, wie gesagt. Jetzt kann ich die mit Bankpasswort nicht nutzen, weil das zu einfach angeblich ist. So, einmal einlocken. Nehmen wir schnell von Leecher, das soll es eigentlich passen. Ok, also zieht es auf alle Fälle ein Ringmaß, das mal hochzuleveln. In Richtung, ja, in irgendeine, ja, brauchbare Richtung, sagen wir mal so. Ähm, kann der auch nicht fliegen oder wie? Eieieieieiei. Warum kann der Typ nicht fliegen? Das ist jetzt irgendwie uncool. Muss ich den jetzt wirklich auf Level 20? Ne, oder man kann doch ja schon früher fliegen. Jetzt nicht mal ein Buffping. Come on. Ich will doch hier nur schnell leveln. Warum ist denn der Buffping hier weg? Und warum kann ich, warum mache ich denn Board? Hm. Come on, es ist High Red. Ich will hier nicht ewig lang rummachen. Ich will hier einfach leveln. So, Sun dann. Nein, ich will hier doch nur Buffs. Buffs. Danke. Danke für die Buffs. So, dann gehen wir kurz mal schnell auf Sun Morning und ich schaue mal ganz kurz, ähm, ob ich hier die Wings drüber handeln kann. Und ob das Ding auch fliegen kann. Mal schauen. Nein, es kann natürlich nicht fliegen. Verdammte Scheiße, warum kann ich nicht fliegen? Ich bin auf dem Hybrid, aber ich will mit Level 1 fliegen können. Das ist doch dumm. Okay, jetzt haben wir zumindest mal das Level erreicht, äh, damit wir jetzt hier fliegen können. Deswegen, oh, jetzt bleibt ich überstecken. So, ich will doch jetzt nur leveln. Mann. Ah, ich hasse es. Ich hasse es einfach, wenn man irgendwie die ganze Zeit aufgehalten wird bei irgendwas. Irgendwas sich vornimmt und... Hm. So, wisst ihr, ich wollte eigentlich gerade eher eine coole Folge draus machen und über ein Thema reden. Und dann will es leveln und geht nicht und dies und das. Und, oh, das regt mich einfach auf. Jetzt habe ich eben Offi nicht gespielt, weil das einfach da der Fall gewesen wäre. Und dachte mir, okay, Hybrid, perfekt. Äh, brauche ich jetzt nur Mobs killen und kann hier mal gut reden oder so. Nein, geht natürlich wieder nicht, weil wieder irgendwie alles kacke ist. Okay, so, ich hoffe, jetzt haben wir alle Probleme aus der Welt geschafft, hoffentlich. Und, ähm, so, ja, zum Thema. Ähm, also ich muss sagen, für mich hat sich, äh, relativ viel getan in diesem Jahr. Es hat sich, es hat sich, sagen wir es so auf YouTube, fangen wir mal mit YouTube an. Äh, es hat sich auf YouTube relativ viel getan. Ähm, relativ viel, ja. Ich meine, um jetzt mal mit den positiven Dingen anzufangen, es hat sich für mich relativ viel Positives getan auf YouTube, gar keine Frage. Äh, ich meine, ich war letztes Jahr an einem komplett anderen Punkt, als ich jetzt bin. Ähm, es gab sehr, sehr viele Sachen, die passiert sind, die, äh, relativ positiv waren, für mich zumindest. Und, ähm, deswegen muss ich schon mal sagen, äh, also allein bezogen darauf, ähm, ja, lief es eigentlich für mich persönlich relativ gut. Und, nicht alles, nicht alles war super, nicht alles war gut. Ähm, es gab sehr, sehr viele Sachen, die auch, äh, nicht so schön waren. Ähm, ich habe hier und da mal vielleicht ein paar Konflikte. Ähm, ich habe ein altes Netzwerk, in Anführungsstrichen, verlassen. Also, ich, ich wurde rausgekickt. Wegen den, den Änderungen bei YouTube. Ähm, wo sind hier 130er Monster? Hier sind 120er. Auf, auf dem Teleporter steht bis 130 waren hier die Monster. Ich werde auch nicht zu 100. Ja, 15 Level drüber. Wo zur Hölle sind hier, wo sollten hier alle Monster sein? Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Ähm, ich meine, das waren sehr, sehr viele Sachen, die irgendwie ganz, ganz komisch waren, ganz, ganz komisch liefen und, ähm, einfach nicht so cool waren. Ähm, andererseits muss man auch sagen, es kamen dieses Jahr viele cooles Server online. Ähm. Ähm, es war generell für Flive ein großes Jahr. Ähm, ich meine, wenn man sich das mal so anschaut im Offi, in diesem Jahr hat sich im Offi so viel getan, die P-Star haben natürlich da jetzt auch nochmal haufenweise, ähm, ja, dazubekommen können oder an Content wirklich dazugewinnen können, äh, was wir sonst eben nicht bekommen hatten, weil, äh, wenn halt so offi irgendwas releasen, ist es halt einfach mal, auch für P-Star, aber geschenkter Content. Und, ich muss mal sagen, das ist auf alle Fälle ein großes Ding, ein großes Plus für, für P-Server, für, für Flive-Spieler im Allgemeinen, ähm, äh, also allein im Bezug darauf, muss man sagen, ähm, ähm, war es eigentlich schon mal ein relativ cooles Jahr für uns, für alle von uns, ob wir jetzt Offi spielen oder P-Server, das spielt gar keine Rolle. Und, ähm, ähm, ich meine, ich weiß, viele haben mit Offi nicht viel am Hut, um es jetzt mal so ganz, ganz grob, äh, ja, also jetzt mal zusammenzufassen, es war im Prinzip, oder zum, zum größten Teil, ähm, positiv für uns, es kamen neue Dungeons. Es wurden so viele Sachen verändert, es ist, es kamen, es kamen massig Sachen, also wirklich super, super viele Sachen, und, ähm, allgemein einfach. Rebalances, Fixes, ähm, ähm, äh, Konten, also vor allem Konten, ich meine, neue Dungeons, neue Waffen, neue Sets, äh, neue Monster, neue Models, neue Texturen für Maps, und alles möglich im Prinzip, also es kamen wirklich super viel, und auch wirklich super viel, äh, was von P-Server und wieder dann recycelt werden wird. Und, ähm, Offi spielt auch nicht, spielt gar keine Rolle, äh, auf alle Fälle, wir haben wirklich alle davon gut profitiert, und, ähm, ja, also, muss ich zumindest sagen, äh, in die Richtung hat sich halt schon echt viel getan, also, ist nicht schlecht, es ist wirklich ganz cool. So, was haben wir jetzt hier, Speed, PvP, Damage und Death. Also, Speed ist ja ganz cool, eigentlich. Äh, Death ist auch praktisch. Okay, ansonsten mehr E-Lakotten. Von dem her passt das eigentlich allgemaßen. 14k Damage, mhm. Naja, okay, also, unser Damage ist auf alle Fälle eigentlich recht ordentlich, deswegen leveln geht es eh ziemlich schnell. Also, ein paar OE, dann wissen wir schon wieder Level ab, irgendwie, gefühlt zumindest. Ich verleg, gerade haben wir letztens auch so schnell gelevelt, wir haben doch damals irgendwie E-Brauch zum Leveln, oder? Leveln ist momentan echt brutal schnell, also wirklich super, super schnell, irgendwie, hab ich das Gefühl. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch noch an mir, weiß ich nicht. Ähm, ja, ansonsten gab es auch ziemlich viele uncoole Dinge. Ähm, ich meine, das reicht nicht. Nicht von, von, ich sag jetzt mal auch, zum Teil persönlichen Dingen, aber, äh, auch wirklich zu Dingen auf YouTube zum Beispiel. Ähm, es gab diese, ganzen Gesetze, sag jetzt mal, die da rauskamen, dieses Jahr. Äh, DSGVO und, und NetzDG und alles Mögliche, äh, welches es einfach unglaublich schwierig macht, irgendwas auf YouTube zu releasen. Und, ähm, ja, ohne dass man Gefahr läuft, direkt eine Strafe von 50.000 Euro zu kriegen. Oder von 20.000 bis 50.000 Euro. Und, es ist halt irgendwie, es hat sich ziemlich viel verändert und, äh, ziemlich viel ist in der Beziehung ziemlich scheißig worden. Ähm, ja, sehr, sehr viel hat sich da echt zum, zum Schlechten gewandelt. Und, bezogen darauf, war es schon auch negativ. Also, im Vergleich zu 2017 hat sich sehr, sehr viel verschlechtert. Manche Dinge sind so unendlich kompliziert geworden, dass es gar nicht mehr mehr Sinn macht, bestimmte Dinge zu machen. Das ist ziemlich schade, wie ich finde. Ähm, YouTube war schon immer eine, eine Plattform für, für Kreative, für Videos, für, Sachen, die einfach unkompliziert produziert worden sind. Und, ähm, es hat sich einfach sehr, sehr viel zum Negativen gewandelt, sagen wir mal so. Und, ja, ich meine, momentan so die Aussicht auf 2019 ist, ja, ganz im Gegenteil. Das ist nicht viel besser, ohne jetzt pessimistisch zu sein. Aber YouTube hat angekündigt, beziehungsweise die, äh, die Chefin von, von YouTube, äh, ich weiß nicht, YouTube Europa, glaube ich, oder Google Europa, oder was das war. Er hat angekündigt, ähm, wenn zum Beispiel diese Upload-Filter durchkommen, dann wird YouTube, äh, in der EU dichtgemacht. Komplett. Und, ich bin mir nicht sicher, inwieweit das Ganze dann tatsächlich umgesetzt werden würde. Ich kann es mir gut vorstellen. Und ich kann es mir absolut vorstellen, ähm, mittlerweile kann ich mir vorstellen, dass das Ganze durchkommt. Und, das kam ja schon zum größten Teil durch. Und, ich kann mir auch gut vorstellen, leider gut vorstellen, äh, dass eben dann irgendwann mal eine Ankündigung kommt. YouTube ist noch bis dem und dem Tag online und danach gibt es kein YouTube mehr. Kann ich mir leider gut vorstellen. Das ist ziemlich traurig, aber, ich weiß nicht, ob wir, ob das heute, heuer nicht das letzte Mal ist, wo wir an YouTube, äh, an Silvester ein YouTube-Video machen, oder wo ihr überhaupt auf YouTube ein Video anschauen könnt. Ähm, ich denke, momentan sind wir halt echt an der Zeit, wo es höchstwahrscheinlich ist, dass es das letzte Silvester ist, wo ihr eben YouTube schauen könnt. Weil, momentan, alle Zeichen stehen momentan einfach so, auf stur, YouTube kann so nicht weitergeführt werden. Das geht nicht. Und andererseits, die EU sagt auch, nein, es kommt durch, das werden wir durchziehen, ganz egal, was alle denken und sagen. Wir haben zu bestimmen und ihr habt zu gehorchen, so nach dem Motto. Ähm, ja, ich denke, das wird auf eine ziemlich böser, äh, äh, ziemlich böse Dinge rauslaufen. Und deswegen, ich vermute zwar, vielleicht, wenn wir Pech haben, ist es wirklich das letzte Mal, äh, das letzte Jahr YouTube und das letzte Mal, dass ihr wirklich auch, äh, irgendein Video auf YouTube schauen könnt. Und das muss man einfach auch mal erwähnt haben. Ähm, ja, ansonsten, um jetzt gleich mal so ein paar positive Dinge zu, äh, zu erzählen. Und dieses Jahr kann man auch nochmal, äh, Corona raus, dieses, ja, in Anführungsstrichen, Neu-Krona. Ähm, noch ähnlich, wie es damals schon war, bei Playpark. Ich habe von Anfang an gestreamt, bei Playpark jetzt nicht von Anfang an, aber halt relativ früh dann. Und, ich muss sagen, ich hatte da mein erstes Mal, also, verlder, mein erstes Mal. Ich hatte das erste Mal, dass ich tatsächlich, ähm, also auf, auf, mit dem Playpark-Stream, glaube ich, hatte ich damals 70 oder knapp 80, 80 Viewer in einem Livestream. Das war das, das, fast das Dreifache von dem, was ich damals, oder was ich normalerweise, oder fast das Vierfache von dem, was ich immer normalerweise hatte. Damals war ich schon mal über 20 ganz happy und so. Und, wie gesagt, da waren wir eben das erste Mal bei 80. Und als ich in der Krona-Stream kam, war das sogar, auch da ging nochmal ein, äh, ein Fliegenscheiß. Ähm, da waren wir dann sogar bei bis zu 100, wie waren das, 115, 120 oder so ungefähr, insgesamt, kombiniert. Und das dann über eine relativ lange Zeit, auch, ich glaube, eine Stunde, eineinhalb Stunden oder so, zwei Stunden sogar. Also, zum Launch von Krona, wie gesagt, auch da liefst du eben ziemlich, ziemlich, äh, cool dann. Ähm, ja, war natürlich generell auch, ich meine, es war für euch, glaube ich, ganz cool, weil einfach wirklich mal viel los war. Es war für uns ganz cool, dass ich aber damals mit Tom gestreamt. Ähm, war natürlich auch echt cool und hat natürlich auch Spaß gemacht und so weiter. Also, auch in, äh, in dem Bezug war es natürlich einfach echt super. Das war echt eine super Zeit und, ähm, das ist definitiv was, wo wir nochmal wiederholen werden und auch weitermachen werden. Ähm, in die Richtung, denke ich mal, werden wir, also, da machen wir auf alle Fälle weiter, gar keine Frage. Und, ja, also, da muss ich sagen, ich freue mich ziemlich drauf. Ich bin echt, ich bin, ich bin hyped. Ich bin hyped, ähm, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, toi, 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 dass es eben jetzt nicht so läuft, ähm, wie es momentan, äh, befürchtet wird. Und, und, hoffentlich läuft es einfach in einem vernünftigen Weg, auf einem vernünftigen Weg. Ähm, hoffentlich hat auch das, was wir machen, hier Zukunft. Und, ich meine, ich würde es mal ziemlich gut, ich würde es mal wünschen. Also, ich will hier, ich würde ganz gern, ähm, so weitermachen, wie bisher. Ich habe hier wirklich, ähm, Spaß dabei und, mein Flyfe ist für mich einfach auch was geworden, was nicht nur einfach jetzt mehr irgendwie sowas ist wie, keine Ahnung, ähm, ein bisschen online gehen, ein bisschen Mobs klatschen, wie irgendwann wieder offline gehen, irgendwelche Events farmen, von Server zu Server springen oder so. Das ist es nicht mehr. Das ist es wirklich nicht mehr. Jetzt habe ich jetzt gar noch einen Login-Bug oder wie. Och, Entropia, come on. Also, manchmal macht es mir, das Ganze hier echt nicht leicht. Das ist krass, das Ding wie Login-Bugs oder so. Das sind echt ziemlich viel Pain. Erstens, verdient mir das so viel Zeit und zweitens, das ist auch wirklich, einfach wirklich anstrengend. Ähm, und, ich weiß nicht, es muss ja nicht sein. Es muss nicht sein. Hat er dem ja auch kein Server mehr sonst. Und deswegen, na. nicht ganz so cool. So, jetzt sind wir rein theoretisch schon wieder auf dem anderen Charakter. So, bei mir jetzt nur noch drüber switchen. Jetzt zum Beispiel. Und wir sollten Platin 2 leveln. Momentan läuft übrigens ein EXP und Drop Event und ein Prina Event und es kommt mir auch so vor, als hätten wir generell die EXP erhöht, weil also ich krieg bei weitem ja als sonst oder früher. Und, ähm, keine Ahnung, wir kommen zu auf alle Fälle das so vor, als hätten wir wirklich jetzt viel mehr EXP als sonst. So, 106k, aber eh der Match, Ja, fühlt sich schon ziemlich krass an momentan. Die Part levelt auch brutal. Merke ich gerade so. Äh, und Ringmaster kriegt keine EXP. Warum kriegt Ringmaster keine EXP? Ähm, Okay, das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Warum kriegt Ringmaster keine EXP? Hm. Ja, Splatin 1. Ich denke, man kann ja ganz normal, äh, einfach über das Splatin Level da querlaveln. Das ist eigenartig. Ich meine, das ist in gleichem Party. Äh, Contribution. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, Contribution ist ganz normal. Vermute ich jetzt zumindest mal. Ich bin mir nicht sicher. Normalerweise soll es so sein. Wenn ich jetzt dieses gleiche Level bräuchte, wäre es natürlich jetzt super. Okay, dann müsste ich jetzt erst einen Ringmaster leveln. Was ich jetzt nicht hoffe, aber wir leveln uns einfach mal weiter. Ist jetzt auch egal. So, naja, wie gesagt, das geht jetzt eigentlich gerade mehr darum, um andere Dinge. Äh, mehr um jetzt, ähm, ja, ums letzte Jahr, also um das Jahr hier, oder ums letzte Jahr, je nachdem, wann ihr eben das Video dann seht. Und, ich meine, ich bin mir irgendwie nicht sicher. Es war, ich, ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, es war gut oder es war schlecht. Es war sehr durchwachsen. Insgesamt würde ich sagen, es war kein gutes Jahr, meiner Meinung nach. Ähm, ich meine, für mich zumindest eine große Komponente war einfach auch die politische, persönlich. Ähm, weil nahezu alles, ich sag jetzt mal, alles Negative, was zumindest da entschieden wurde, äh, hat sich im Prinzip eigentlich gegen, ja, gegen Leute gerichtet, die im Prinzip im Internet aktiv waren, gegen YouTuber, gegen Leute, die Filme machen und so weiter. Und deswegen, sehr, sehr uncool das Ganze auf alle Fälle. Ähm, fand ich jetzt absolut nicht cool. Also, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und deswegen, ich weiß es nicht. Also, insgesamt würde ich sagen, war es kein gutes Jahr. Ich meine, ansonsten, ähm, je nachdem, wie man es dazu sieht, 2017 war das Jahr, äh, das Bitcoin. Fast schon wie in China, das Jahr des Drachen. Äh, bei uns war es das Jahr des Bitcoin. 2018 war ein ziemlich schlechtes Jahr für Bitcoin. Generell für Kryptowährungen. Ähm, gut, ich glaube, die wenigsten von euch sind also wirklich, äh, ja, krass, involviert mit drin. Ich weiß von euch, ein paar, ein paar machen es. Ich mache es ja auch, bin auch relativ aktiv drin. Oder zumindest aktiv drin gewesen. Momentan bin ich ein bisschen zurückhaltender, Jahresende. Es ist immer so, es ist, es ist wie die, die Werbezeit auf YouTube immer. Äh, zu bestimmten, ähm, an dessen, Weihnachten, im Prinzip die werbeintensive Zeit ist auf YouTube auch immer die ertragreichste, muss man einfach mal so sagen. Und lustigerweise ist es genauso wie Bitcoin. Ich meine, Bitcoin, hat nix unbedingt gerade mit, mit, ich meine, es hat nix mit, mit all dem zu tun. Es ist eigentlich ganz egal, ob es jetzt Weihnachten ist, oder, ob es schneit, ob es regnet, ganz egal. Ähm, es hat eigentlich eher immer so ein bisschen wirtschaftliche Faktoren, vielleicht auch politische Faktoren, aber, irgendwie, es ist komisch. Es ist immer so ein bisschen, es ist so ein Mix irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist, es ist komisch, es ist einfach komisch. Also, kann ich jetzt nicht genau sagen, warum. Jetzt gehen wir vielleicht mal doch in eine andere Party, mal schnell schauen, wie schaut ihr die, nämlich die Event Card. Vielleicht liegt sie wirklich hier an dieser, ich meine, es ist alles auf Contribution und ich weiß nicht, was es liegt. Ähm, wir haben hier auf alle, wir haben keine Skills, what? Wenn mal Party hier ist, äh, ich hab, bitte, ich hab's leider wieder mehrere Partys, okay. Mh, 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 das ist das richtige Party, genau, okay. Ja, also wie dem auch sein. Ich meine, grundsätzlich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nächste Jahr ein bisschen anders wird und, ja, ich hoffe momentan auf, äh, viel Positives, ob wir es auch kriegen, mh, mal schauen. Ähm, sei das vielleicht nicht zu, äh, zu positiv dem Ganzen entgegensehen, wie gesagt, das ist jetzt, leider so ein bisschen eine Wunschvorstellung, ähm, allzu positiv, denke ich mal, wird es eher nicht werden, ganz im Gegenteil, ich vermute momentan eher ganz im Gegenteil, und ansonsten, ja, was YouTube betrifft, ich hatte persönlich meinen Spaß, hatte damals auch auf Widmi angefangen, ähm, Widmi ging dann super schnell wieder down, nach ein paar Monaten oder so, ähm, warum auch immer, habe ich nie erfahren, leider, hätte ich gern erfahren, aber, naja, es ist eben, wie es ist, und, ja, also wie gesagt, ich meine, es gab viele Dinge, und, wenn ich jetzt gar was überlege, wenn ich jetzt wirklich so ein bisschen meine persönliche Lage reflektiere, wo war ich vor einem Jahr, wo bin ich heute, ähm, nicht bezogen auf YouTube, als auf Real Life, da muss ich sagen, hat sich relativ viel getan, allerdings auch nicht grad so extrem positiv, also, letztes Jahr war ich so ein paar Monate davon entfernt, eben dann, den Abschluss zum Kameramann zu machen, und Cutter, ähm, habe ich ja, wie ihr wisst, vielleicht nicht gemacht, hat dann relativ viel Hoffnung was anderes gesteckt, ähm, was sich halt auch nicht gefüllt hat, und, naja, es war ein bisschen, es war alles ein bisschen, ähm, gerusht, ich hab, ich hab das Ganze hier irgendwie, ich war, ich hab sehr, sehr viel unüberlegt, das gemacht, ich hab, sehr, sehr viele Sachen gemacht, die ich, so, nicht mehr wiederholen würde, oder, nicht mehr wiederholen wollen würde, weil ich weiß, dass es zum Teil unglaublich dumm war, ich persönlich hab mich verändert, komplett, um, nicht 80 Grad, aber schon ziemlich, ähm, zum besseren und schlechten Rennen, ich weiß es nicht, wird sich zeigen, ähm, ich mein, mal abwarten, einfach mal, mal abwarten, ich bin froh, dass ich jetzt, ähm, im letzten Jahr, also im Jahr 2018, eben noch das, das Skivido mit rausgebracht hab, äh, ich mein, ich hatte schon seit April rumliegen, und dachte immer so, ja, mach's fertig und so weiter, und dann, kam doch wieder irgendwas dazwischen, und, ich hatte eben auch keine Lust mehr, ich wollte für CW-Flife den Trailer machen, ja, auch in der Hose, und, zumindest das Skivido kam dann eben nochmal, äh, oder hab ich dann fertiggebracht, was im Prinzip schon fertig war, ich mein, es war seit April fertig, und ich hab's nicht geuploadet, ähm, es war dumm, klar, kann man jetzt, braucht nicht, braucht nicht überreden, ähm, hätte alles, hätte alles besser, laufen können, und ich hab, wie gesagt, dieses Jahr sehr, sehr viele Fehler gemacht, äh, ich hab mich auch verändert, und zum Teil auch zum Negativen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich hab sehr viele Sachen gemacht, die dumm waren, macht Fehler, klar, ich hab dumme Fehler gemacht, sehr viele dumme Fehler, und, viele Fehler waren auch mit relativ viel Geld verbunden, ja, ähm, ich glaube, ich hab in diesem Jahr mehr Geld verloren, als je in irgendeinem anderen Jahr, ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, ich hab halt, ich war naiv, ich war dumm, ich war, blöd, aber ich kann die Vergangenheit sowieso nicht mehr ändern, und deswegen, die gleichen Fehler nicht nochmal machen, ist, glaube ich, schon mal ein, ein guter Vorsatz, ähm, also was das anbelangt, denke ich mal, ist, ist ein, ist ein guter Anfang, ist definitiv ein guter Anfang, und, ja, also, was das anbelangt, ich hoffe, dass ich mich in der Zukunft ein bisschen besser beherrschen kann, und, ja, ich mein, ich will es nicht alles aufzählen, was ich gemacht hab, es waren, es waren Fehlentscheidungen, ich glaub, ich, ich weiß es nicht, ich, ich vermute es mal irgendwo, zwischen, ich will, ich will es ja extra kaum ausdrücken, ich, mein, ja, da war auch Bitcoin involviert, ja, da war ein Unfall involviert, vermutlich, rausgeschmissenes Geld, komm, letzt sinnlos rausgeschmissenes Geld in diesem Jahr, wahrscheinlich Lock über 15.000, und, das war jetzt nicht kein Geld, was ich übrig hatte, ganz im Gegenteil, ähm, mein Konto ging oft ins Minus, ich hab dann teilweise trotzdem noch weitergemacht, obwohl ich im Minus war, es waren keine guten Entscheidungen, wie gesagt, ich hab, es gab viele Sachen, ich hab, ich hab dieses Jahr irgendwie super viele Strenge geschlagen, und das obwohl ich eigentlich, ich mein, ich war einfach oft frustriert, das hat man vielleicht auch teilweise in Videos gemerkt, in Streams gemerkt, äh, ich, ich hatte einfach irgendwie dann, ich bin momentan einfach, was heißt momentan, ich war einfach eine Zeit lang echt in einer komischen Phase, ähm, ich, hab mich wie gesagt, ein bisschen verändert, in, verschiedenen Richtungen, und, ich weiß es nicht, keine Ahnung, man macht Fehler, und, wichtig ist wahrscheinlich, dass man die einfach nicht weitermacht, und, einfach in die richtige Richtung einschlägt, und, wirklich auch ein bisschen mitdenkt, was man macht, bevor man es macht, weil ansonsten, ja, ansonsten haben wir einfach wirklich, auch, Pech gehabt, ja, wie dem auch sagen, also für mich, wenn ich das gerade mal so ein bisschen Revue passieren lasse, alles zusammen, war es, für mich persönlich, ein schlechtes Jahr, sagen wir einfach mal so, wenn ich jetzt, die ganzen einzelnen Sachen mir so anschaue, dann gab es trotzdem ein paar gute Sachen, die passiert sind, ähm, das Jahr fingen viel zu schnell, und, ich dachte mir immer so, wenn es dir einfach alles schnell machst, wenn es dir einfach alles, ähm, ja, wenn es dir nicht für alles so viel Zeit nimmst, dann hast du mehr, vom Leben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach mehr von, von allem, ähm, das ist halt leider nicht ganz so, ähm, es war halt, nicht gerade die beste Entscheidung, einfach sagen wir so, es ist wahr, ja, ich würde, wenn ich könnte, sehr viel anders machen, das Problem ist nur, ich kann es nicht ändern, und, ich kann viele Dinge, die ich gemacht habe, auch nicht mehr ungeschehen machen, ähm, ja, das ist schade, und tatsächlich überlege ich mir natürlich schon auch, was kannst du machen, damit du jetzt die gleichen Fehler nicht mehr im nächsten Jahr machst, im neuen Jahr machst, ähm, klar, man kann es, man kann versuchen, sein, äh, man kann einfach nur versuchen, äh, sein Bester zu tun, ähm, einfach versuchen, wirklich schlauer zu sein, diesmal, und, nicht mehr die gleichen Fehler machen, wie sonst immer, ich meine, das ist, leichte gesagt, das getan, das glaube ich, wisst ihr selbst, okay, das haben wir zumindest die Golden Apple ein, das ist schon mal schön, und, naja, ich meine, viel mehr kann ich es nur nicht sagen, äh, es hat sich halt, leider, schon, es ist halt, wie gesagt, leider auch viel passiert, und, naja, wir kennen es vielleicht selbst, wie es dann teilweise mehr ist, hin und wieder, man nimmt sich was vor, irgendwas passiert, und, äh, man ist dann wieder ein Punkt, wo man einfach, nicht sein will, wo es einfach generell, man ist einfach ein anderes Scheißpunkt, und, ja, an dem Punkt war ich dieses Jahr, tatsächlich ein bisschen öfter, ähm, und, das wichtigste ist, glaube ich, einfach, man muss einfach nur dann, einen Weg nach draußen finden, man muss einfach nur irgendwie, einen Weg finden, um, all diese Sachen irgendwie so ein bisschen, zu umgehen, sei jetzt mal, ja, also, man kommt so schnell, in irgendeine Scheiße rein, und man lässt sich auch so schnell, in irgendeine Scheiße reinziehen, das habe ich selbst bemerkt, ähm, deswegen, es ist definitiv, was ist das für ein Ding hier, rankbar, neu, es ist definitiv nicht gut, wenn man einfach, äh, sagt, ja, okay, keine Ahnung, Scheiß drauf, ist ja egal, oder, mach ich irgendwann, irgendwie, oder, weiß ich nicht, okay, das Ding kann mich gewonnen hätten, ähm, wahrscheinlich drop das Ding, irgendwas cool ist, aber, keine Ahnung, kann ich das Ding jetzt sleepen? Sleep, oh, ich kann sleepen, uh, 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 ja, dann, dann, ist irgendwie in Ordnung, okay, das macht auch damage, interessant, ja, man lässt sich halt super schnell in Dinge reinziehen, und, kommt einfach auch da, auch da, man kommt auch oft nicht mehr raus, man, man fängt einfach dumme Sachen an, und, wenn es dann gefragt wird, dann, kannst du oft einfach nicht die Wahrheit sagen, dann fängst du mal an zu lügen, und, ja, es ist halt immer so ein Kreislauf, aus dem man dann wieder schlecht rauskommt, und, auch ich mach Fehler, klar, logisch, also, das ist selbstverständlich, natürlich mach ich Fehler, auch wenn, ich mein, klar, ich weiß, wie es läuft, ich mein, klar, im Stream, oder sonst irgendwo, man, man, man stellt sich immer anders hin, oder anders da, als man wirklich dann theoretisch ist, es schaut alles immer so perfekt aus, immer so flawless, alles ist immer, alles läuft immer, alles ist super, aber, nicht immer ist das, was man sieht, auch wirklich die Realität, und, leider nur seltenst, also, die Realität ist meistens, oft ist das komplette Gegenteil, ist leider so, klingt so böse und so, aber es ist leider so, und, naja, was ich machen kann, ist, besser zu machen, und, ja, ich muss so viel aufräumen, in Anfangstrichen, warum heize ich das Ding jetzt wieder, ich will jetzt eigentlich jetzt ganz gerne mal, äh, downhauen, aber, wenn ich mir das sagt, nein, das ist auch nicht cool, fast muss ich sagen, ohne euch wäre ich jetzt, nicht so hier, wo ich jetzt wäre, ähm, ich meine, ich habe dieses Jahr ein paar gute, äh, Möglichkeiten, ich habe ein paar, coole Dinge gemacht, und, ich meine, ich gebe natürlich einfach auch wirklich Support, äh, der auch wirklich nötig ist, für bestimmte Dinge, also, ich hatte verschiedenste Sachen, wahrscheinlich nie gemacht, ich hatte wahrscheinlich nie mit Streaming angefangen, letztes Jahr, ähm, wenn ich einfach nicht von euch, so viel Support bekommen hätte, also auch deswegen muss ich sagen, ähm, ähm, ja, allein Bezug darauf, ihr habt mir damit natürlich auch echt ein großes, eine große Hilfestellung gegeben, ähm, ihr habt mir wirklich geholfen, und, 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 Speedmedizin, Medizin, PVE-Medizin, okay, interessant, ganz cool, diese kleine Worldbosse da, machen halt absolut null Schaden, aber, trotzdem ganz cool, ähm, ja, wie gesagt, ihr habt natürlich da auch, eine ziemlich große Hilfestellung gegeben, äh, ich hätte sehr viele Sachen nicht gemacht, wenn ihr eben, nicht hier gewesen werdet, oder halt eben auch nicht so zahlreich hier gewesen werdet, also, das gewesen werdet, ähm, klar, das ist natürlich schon auch ein großes Ding, und, äh, auch da, an der Stelle echt mal ein Danke an euch, dass ihr wirklich halt, trotzdem, ganz egal, wann ich, oder wo ich gestreamt hab, äh, auch wirklich immer am Start wart, vielleicht auch mal bei schlechten Videos, oder bei, ja, kritischen Videos, so unterbeibart, und, ähm, ich mein, zu 99% war da eigentlich immer relativ objektiv, und, vielleicht auch bei Videos, wo ich vielleicht mal frustriert war, ähm, kam dann meistens auch echt relativ objektive Kritik, oder halt eben, oder Tipps, oder was auch immer, und, das muss ich sagen, hab ich schon ziemlich geschätzt, irgendwie, fand ich ziemlich cool, ist nicht selbstverständlich, und, ich mein, merkt einfach auch wirklich, dass die Community, dass ihr einfach jetzt nicht nur irgendwie, irgendwie zehnjährige Minecraft-Kitties seid, das, äh, sowas, ich mein, ich mach Minecraft-Videos nebenbei, diese Script-Videos, ich weiß, ähm, ich weiß, wie die Community da ist, und, natürlich ist es, äh, auch da so, dass natürlich andere Leute mit dabei sind, so, keine Frage, aber, ich mein, die Leute da verhalten sich natürlich komplett anders als ihr, zum Beispiel, dass die meisten von euch, die jetzt aktuell zuschauen, und, deswegen muss ich einfach auch mal sagen, an dem Punkt, ja, es ist definitiv cool, dass ihr so seid, wie ihr seid, und, dass ihr, auch nicht nur erwachsen seid, sondern auch wirklich erwachsen handelt, und, ähm, ja, in Bezug darauf muss ich einfach sagen, war cool, und, um jetzt auch die Folge zu beenden, muss ich, auch sagen, es geht nächstes Jahr weiter, ganz klar, wie lang, keine Ahnung, mit was, keine Ahnung, ich will eigentlich ein bisschen mehr, ähm, ich will das Ganze ein bisschen mehr, ich will mehr auf dem Channel kriegen, mehr, Content, mehr verschiedenen Content, und mehr, mehr Abwechslung, ich hab jetzt nur nicht keine Ahnung, wie ich das schaffen will, oder wie ich es schaffen werde, oder wie ich es schaffen kann, ist das nicht einfach, ich meine, ich let's play seit 5 Jahren, live, und, wenn irgendwas Neues anfangen, ist, wird super schwer angenommen, ich weiß, dass, die Community sind meistens sehr, sehr versteift auf, auf irgendwas, und, ähm, ja, im Bezug auch darauf, muss ich halt eben sagen, ist nicht so einfach, leider, ich versuche mein Bestes, und ich versuche auch wirklich, dass das Ganze, irgendwie zum Laufen kriegt, dass wir wirklich hier, was cooles auf die Beine stellen, und, ja, ich hab zum letzten Jahr vorgenommen, dass ich halt eben, ja, schon auch was, äh, was Neues, was Interessantes probiere, aber, es hat selten funktioniert, es war das ja so oft so, dass ich halt, dass es nicht so wirklich funktioniert hat, wie ich mir dachte, wie ich es mir vorgestellt habe, das ist, leider ein bisschen schade, aber, ich hoffe, 2019, kriegen wir wirklich mehr, Diversität da rein, und wirklich ein bisschen mehr, mehr Abwechslung, und, mal schauen, ich hab keine Ahnung, was ich machen werde, keine Ahnung, wo ich in einem Jahr, in einem Jahr stehe, ich hab auch keine Ahnung, ob ich in einem Jahr, ob ich in einem Jahr, ob ich in einem YouTube-Videos mache, und, ich muss sagen, gewissermaßen, ich hab, ich hab vom nächsten Jahr, echt ein bisschen Angst, nicht nur wegen einem Grund, oder zwei Gründen, aber wegen ganz, ganz vielen Sachen, irgendwie, ich mein, ist ein bisschen Angst, weil man nicht weiß, was wirklich passieren wird, und, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, ich will es nicht, ein Teufel an die Wand malen, ähm, wenn ich, in exakt einem Jahr, noch hier, sitz, und hier gerade ein Video, für mich schauen könnt, äh, dann denke ich mal, lief auf alle Fälle, alles um einiges besser, als er hofft, dann lief es auf, äh, läuft es auf alle Fälle schon mal besser, läuft schon mal relativ gut, sagen wir so, aber, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja momentan, die Chance, dass er wirklich, in einem Jahr noch so hier sitzt, und Flyvideos macht, ist so gering, das ist irgendwie gerade echt, traurig ist auszusprechen, aber, ich glaube, dass er in einem Jahr noch hier sitzt, die Chance liegt vielleicht bei, 20 Prozent, das ist irgendwie, traurig, aber, ich meine, ich werde nicht weg sein, oder so, keine Sorge, aber, werden wir hier, in diesem Pflarisch stehen, in einem Jahr, mal schauen, danke fürs Zuschauen, und, euch noch ein schönes, neues Jahr, und, guten Rutsch, und Fall Silvester, nicht zu hart, gehalten, keine Polenbölle in euren Händen, wie es irgendwelche anderen Leute machen, oder, sprengt keinen Kindern irgendwelche Finger weg, und so, das ist nicht gut, und tut weh, und das ist einfach scheiße, deswegen, ähm, ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.